Adventskalender Türchen Nummer 4 heute Sennheiser PX210BT Diese On-Ear Kopfhörer die man einmal zur Musikhören verwenden kann Der Klang der rauskommt ist für 135 Euro sehr gut und macht auf jeden Fall einen guten Eindruck Man kann sie bei der aktuellen Jahreszeit natürlich noch zum Ohrenwärmen verwenden Ist aber nicht Haupteinsatzzweck Mitgeliefert wurde einmal hier so eine CD mit Bedienungsanleitung und eine Bedienungsanleitung gedruckt Dann diese hübsche Tasche hier wo man die Kopfhörer gut reinbekommt Alles kam in diesem Karton, mitgeliefert wurde auch noch ein Ladekabel und diese Kopfhörer natürlich Ihr seht jetzt hier einmal eine Remote Pause, Lied weiter, Lied zurück, Lautstärke verändern Dann hier auf der Rückseite die Polster für die Ohren Hier oben noch Polster, ihr könnt dann hier das Ganze ausziehen Und euch dann so die Kopfhörer aufsetzen, die an eure Kopfgröße anpassen Verbunden werden sie mit dem iPhone über Bluetooth Dazu haltet ihr länger den Button gedrückt, schaltet sie ein Und verbindet sie dann, dann können wir gerade mal Musik abspielen Ich hoffe mal, da hört man hier jetzt was Der Klang ist echt gut, gefällt mir sehr gut Und man muss halt wissen, ob der Preis für 135 Euro empfehlenswert ist Wir können gerade nochmal hier die Fernbedienung ausprobieren Und dann stoppt er die Wiedergabe Das war's vom 4. Dezember Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Schönen zweiten Advent noch, bis morgen Baitan